Umskarree. Das ist das Porträt von vier sich kreuzenden Straßen und einem von ihnen eingefassten Häuserblock. Von den Menschen, die dort wohnen und arbeiten. Von Mietshausbesitzern und Transvestiten, Fischmarkthändlern und Gastarbeitern, Gelegenheitsarbeitern, Studenten und Sektenmitgliedern, von Künstler und Hauswartfrau, Friseursalon und Kneipe, Tante Emma und Mutter Erdeladen, Rentnern und Türkenkindern. Was darf sein? Im Karree sind die meisten Häuser 100 Jahre alt. Nur ein Neubau unterbricht die gewachsene Struktur, die sich aus den Häusern, den Höfen und Feldern der Ackerbürger entwickelt hat. Die Häuser haben oft Außentoilette, aber es sind keine großstädtischen Arbeiter-Mietskasernen. Noch kann man die Reste des alten Hofmilieus der Ackerbürger, der Handwerker und Gewerbetreibenden mit ihren Stallungen und Werkstätten finden. Es ist noch kein Sanierungsgebiet, noch nicht vorgesehen für den ästhetischen Kahlschlag. 1705 gründete König Friedrich I. von Preußen die Stadt Charlottenburg in der Nähe des außerhalb Berlins wenige Jahre vorher begonnenen Sommerschlosses. Er selbst war der erste Bürgermeister. Seit der Wilmersdorfer Straße, die Grünstraße, die Kirchstraße und die Schulstraße. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Grünstraße nach dem von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpfer in Haubachstraße umbenannt. Die Kirchstraße heißt jetzt Dirkitseile, die Schul wurde zur Beheimstraße. Im Nachkrieg hatten Traditionen einen schweren Start. In 37 Mietshäusern mit Stallgebäuden, Höfen und Gärten, 42 Läden und Gewerbebetrieben leben ungefähr 1000 Menschen auf dem ältesten Grund der einstigen Stadt Charlottenburg im heutigen Berliner Innenstadtbezirk. Wo die alte Kirch- und Schulstraße zusammentreffen, steht das Schulgebäude von 1786 und am Platz die Luisenkirche der ältesten Charlottenburger evangelischen Gemeinde. Im Karib beginnt der Morgen in den Bäckereien, wenn früh und spät sehr relative Begriffe werden. Wenn professionelle Nachtmenschen Feierabend machen und die erste Sonne die letzten auf dem Heimweg erschrickt, herrscht bei den Bäckereien Hochbetrieb. An der Seitentüre zur Backstube treffen Morgen und Nacht gelegentlich zusammen, wenn ein Frühaufsteher und die letzten Ausflügler auf dem Heimweg sich ihre Morgenschreppen holen. Die Hauswarzfrau Lindemann führt ihren Hund spazieren und trifft um 5 Uhr den ersten Bekannten. Die Nacht geht zu Ende und um 7 Uhr öffnet der Bäcker. Für manchen Kunden noch nicht früh genug. Und aufmachen. So, bitteschön. Die Bäckerfamilie Hutzelmann hat ihren Laden in der Haubachstraße erst seit 13 Jahren. Bäcker sind die Hutzelmanns seit 250 Jahren. Sie kommen, wie es sich für richtige Berliner gehört, aus Schlesien. Zwischen 7 und 8 Uhr macht die Hauswarzfrau Lindemann ihr Haus fertig. Durchgang wischen, Bürgersteig fegen. Ist das alles da, bitte? Ja, nicht zu scharf. Im Bäckerladen läuft der Tag jetzt auf Hochbetrieb. Seit 7 Uhr ist auch der kleine Lebensmittelladen neben dem Bäcker geöffnet. Die guten Zeiten des Tante-Emma-Ladens sind der Morgen, wenn die Kettengeschäfte noch nicht offen haben, und der Abend, wenn Vergessenes noch schnell geholt werden soll. Frau Lindemann kauft ein, bevor sie selbst arbeiten geht. Na ja, wir haben eine Viertelstunde gewartet, dann hat sich keiner gekümmert und dann habe ich den Arzt geholt. Nicht? Trinkt's auf einmal, ganz schnell. Sonst noch etwas? Ja, wo haben wir ein Mädchen gekümmert? Ja, ist richtig. Ich wollte am Hinterpferjessen. Tag, Karin. Tag. Äh, was wollen wir die? Nesquen. Na, dann gehen wir mal weiter. Der Friseursalon Schilling besteht in der Haubachstraße fast 50 Jahre und viele seiner Kunden sind mit ihm älter geworden. Im Carré ist fast jeder Dritte über 60 Jahre alt und diese Älteren würden sich in den jungen, modischen und kostspieligen Salons in jeder Hinsicht fehl am Platze fühlen. Etwas erfrischend am Kopf. Na, weil wir sind ganz glücklich, dass ich kenne. Ja, ja, ja. Sie sind gerade so. Aber dann, na ja. Na ja. Einen einfachen Haarschnitt oder Waschen und Legen bekommen die alten Kunden bei Herrn Schilling, begleitet von altvertrauten Geschichten. So, ein wenig frisch aufs Gemüch. Ich will ja, was die uns nur erzählen, hier mit Regen. Das haut nicht hin. Wir werden es schön haben. Und daraufhin habe ich heute mein Pfiffini aufgesetzt. Mein Wollhut. Ich denke, jetzt ist 15, jetzt haben wir die Sonne. Haben Sie Kine mehr? Nee. Mann, wie im Alter. Also Vater für Zweite. So ist das schön? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wenn man sich so das alles ansieht, wie bei Ihnen. Das Sprichwort kennen Sie ja, wa? Scheitel machen wir nicht, wa? Gibt es hier der Tante? Na, ich sage, die haben alle Bälle gelegen. Paule. Tante Friede auch mit Gute. Jo, ja. Da war ich ein paar mal beim Arzt. Ihr macht schon Dinge, ihr zwei. Mein Gott, nee. Und ich muss ja oft auch sein, nicht? Ja, auch nicht. Ja. Auf dem Hof gegenüber vom Friseur ist Frau Leibholt damit beschäftigt, Heringe für den Salat vorzubereiten. Leibholz haben einen Fischstand auf Charlottenburger Märkten. Auf dem Mietshaushof sind Arbeits- und Lagerräume. Bis vor zehn Jahren hatten darin ihre Vorgänger, die Familie Wasow, als Fischhändler gearbeitet. Frau Wasow ist jetzt 82, ihr gehört das Grundstück. Oft blickt sie von ihrem Fenster auf den Hof. Die Eltern von Frau Wasow haben das Haus 1909 gekauft. Und seither wohnen die Wasows im ersten Stockwerk, früher mit Dienstmädchen und Außentoilette. Im Haus wohnten zwei königliche Lokomotivführer und im Parterre war eine Hausbesitzer-Vereinsbank. Die Familie war erfolgreich, sagt der 83-jährige Bruder von Frau Wasow. Wer war der Eindruck? Angesehene Bürger kann man sagen. Charlottenburg war in der größten Zeit alles meist Ackerbürger gewesen oder alteingesessene Geschäftsleute in großer Teil. Das ist meine Mutter. Nach meiner Sicht ist das Bild aufgenommen worden 1910 oder vorher ungefähr. Und wer ist das? Das bin ich und meine Schwester. Wer ich nur bin, bin ich nicht. Meine Schwester wird aus dem, was wir Sonderpädler sind. Und das ist meine Schwester. Das war so am Ersten Weltkrieg rum. Und das ist meine Schwester mit ihrer Freundin. Nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist meine Schwester auf dem Markt, ja, dessen Nachkrieg ist jetzt eigentlich aufgenommen worden. Habt ihr das noch nie gesehen, ihr habt das Bild. Im Carré ist auch ein Markt, neben der Luisenkirche, auf dem Gierkeplatz. Der Fischhandel war neben der Gastwirtschaft das blühendste Gewerbe in Charlottenburg und Herr Leibholt vertritt diese alte Tradition des mit Hand und Mund gleich flinken Markthändlers. Na ja, für den Feiertag, man wisst ja nicht, wa? 15 Mark. So, bitte, der. Chorellen, wie viel denn bitte? 6,6 Mark. Die haben ja nicht viel, da jetzt, ne? Nö, die haben normalen Klopperbau, nicht? Die Weiblinge haben ein bisschen mehr, die Männlinge haben ein bisschen weniger, so wie sie gebaut sind, nicht? Ja, gut. Eine schöne, freundliche. Bitte, 5 Mark glatt, ja? Kopf ab, Kopf dran lassen. Reinlassen, nur ausgehen, ja? So, wie gewünscht. Geschäfte gab's ja nicht viel, Fischgeschäfte selbst gab's nicht viel. Die waren alles meist Markthändler. Markthändler, noch 7, 8 waren es voll. Kennen Sie hier drüben die Familie, die dort wohnt? Ja. Die früher gewohnt hat, in der Ecke das Haus? Ja, die waren sehr reich. Die war eine Witwe gewesen, mit ihrer Tochter da drin gewohnt. Die hörte das, die haben viel Häuser hier gehabt. Und das war eher ein Neffe oder was, der ist wohl noch drin, der wohnt wohl noch da drin. Peters heißt der. Barte Peters heißt der. Peters heißt der, ja. Die hatten sehr viel Geld, die waren reich gewesen, die waren verschrieben reich, kann man sagen, so ungefähr. Das im 19. Jahrhundert erbaute zweigeschossige Haus hat die Familie Barte Peters schon restauriert. Das vielfach entstellte, ebenerdige Eckhaus aus dem 18. Jahrhundert und das anschließende Gebäude vom 19. Jahrhundert will Herr Barte Peters mit seinen Söhnen auch noch wieder herrichten. In diesem Jahr wird diese Fassade gemacht und dann wollen wir weiter sehen. Wer kann denn nur immer so viel machen, wie das Geld reicht. Ich kann nur eine eigene Initiative machen. Ich alleine muss putzen, ich alleine muss das machen mit meinen Söhnen, nicht alleine. Ist das ein Familienbesitz oder warum machen Sie das? Ja, das ist in unserer Familie seit, ich meine Ur-Ur-Urgroßeltern haben das schon gehabt. Das sind ehemalige Schlottenburger Ackerbürger. 1860, 1870 ging die Zeit zu Ende, würde ich sagen. Denn damals wurden ja, da kam ja nur zuvielerweise, haben die die Bauern Glück gehabt, dass hier Berlin herkamen. Und dann wurden die, sagen wir mal, der Quadratmeter Ackerland praktisch mit Goldstücken belegt. Nicht, so dass meine Großeltern und Urgroßeltern zweieinhalbfache Millionäre waren. Von Verkauf ihrer Acker. Von Verkauf der Acker, ja. Und zwar Goldmark. Und keine Reichsmark oder Wittelsmann, sondern Goldmark. Zweieinhalbfache Millionäre. Das ist natürlich durch den ersten Weltkrieg, ist der meiste Teil weggegangen und nach diesem jetzigen Weltkrieg war alles futsch. Als ich das übernommen habe, dann sah es so aus wie jetzt, weil so wie hier die Horbachstraße noch aussieht. Bei einem Verkauf des begehrten Eckgrundstücks an der Hauptgeschäftsstraße zum Abriss für eine Neubebauung, könnte der Nachkomme der Ackerbürger die Quadratmeter diesmal mit Geldscheinen belegen. Die ganze Drehball, 90 Prozent und alles Außentoiletten. Hier in der Haus wird nebenbei versucht, die hat Intelletten einbauen lassen. Das hat ja so viel Geld gekostet und so weiter. Und die und alle Wohnungen konnten sie auch nicht machen lassen. Die Baubehörde, ja komm, man hat das nicht erlaubt. Und die das nicht erlaubt, weil die nicht auf ihre Kosten kommt da raus. Also Sie meinen, wenn man so ein Haus hier besitzt, dass das, wenn man das modernisieren wollte, dass das sich gar nicht... Also ohne Staaten im Mittel ist das gar, also das ist ja uninteressant. Da soll man der stehen lassen, da kann der Geld auf essen. Hinten war ja noch, das hat mein Vater gleich dran bauen lassen. Frau Lindemann arbeitet dreimal die Woche im Fischgeschäft. Im Nachbarhaus, wo sie als Hauswart Chefin ist, wohnt sie seit 24 Jahren. In dieser Zeit sind fast alle alten Mieter ausgezogen oder verstorben. Und die nachfolgenden jungen Mieter verwachsen nicht mehr im Milieu. Es ist für sie meist nur Durchgangsstation auf der Suche nach komfortableren Wohnungen. Auf ihrem Hof wohnt und arbeitet in den alten Gewerbegebäuden Heinz Ottersson. Der Maler, Filmer, Dichter, Selbstdarsteller und Schöpfer merkwürdiger Schrottobjekte gehört seit 19 Jahren zu dem KW. Von dem Mechanischen als Spannung gut genug? Ist sehr gut, ja? Ist prima gut genug. Ja, ja. Warte. Noch weiter? Noch weiter, zählst du in die Ecke. Schluss jetzt? Soll ich im Bild bleiben oder rausgehen? In der ehemaligen Schlosserei auf dem Hof schweißt er seine aus Schrottfundstücken zusammengefügten Figuren und Geräte. Die Leute im Carré sind stolz auf ihren prominenten Künstler, der auf dem Hof in Tuchfühlung zu ihnen zwischen Klopfstange und Mülltonnen seinem Handwerk nachgeht und der das, was sie in der Alltagswelt weggeworfen haben, in die Elemente einer fantastischen Dingwelt verwandelt. St. Heinz lieben wir ja eigentlich alle, nicht? Der gehört praktisch dazu, wenn er nicht hier wäre, also dann wäre es auch nicht so schön, ja? Das gehört einfach dazu. Das war von Anfang an so und ich glaube auch, nicht, das wird so richtig übernommen. Also wenn es anders wäre, wäre es auch nicht schön. Ich möchte Ihnen gratulieren zu diesem schönen Bild, was hier wirklich... Befehlte den Pfarrer? Wunderbar, wunderbar. Woher kommt das? Wie ist das gefallen? So im Ganzen oder so? Oder weil Sie mich kennen? Nein, deswegen ist es schön gefallen und es besagt eine große Kunst. Heinz Ottersons Welt ist voller unheimlicher Zwerge, seltsamen Insektengetiers, Fabelfiguren, Spuk- und Nachtgestalten. Die Arbeiten entstehen aus einer überquellenden Fantasie, die sich in Filmen, in denen die Bewohner des Carrés mitspielen, in den Bildern, in Skizzenbüchern ausdrückt. Gestaltungen gewachsen aus verlängerter Kindheit, Naivität und kunstvoll geordneter Darstellung, wie die von Heinz Otterson Schlichtheitsgedichte genannten Verse, vorgetragen in der Hinterhofkulisse. Schlichtheitsgedicht Novalis alias Otterson. Das unschuldige Blümelein. Barfuß betrat ich die bekotzte Wiese, die Blumen voller Gestank. Schrecken breitet sich in meine Seele, Weil ich nun kein Blümelein mehr fand, Nur der Schmetterling blieb verschont, Du, meine arme Wiese. Wohnen Sie gerne hier? Ja, sehr. Also ich meine, manch einer möchte gerne Neubauwohnung haben oder so, aber ich weiß nicht, ich habe mich so daran gewöhnt, also ich möchte hierbleiben. Und was gefällt Ihnen hier? Das Milieu, würde ich sagen. Einfach das Milieu. Frühschocken um 11 Uhr am Sonntag. Das Gaststättengewerbe hat in Charlottenburg Tradition. Im 19. Jahrhundert war die dörfliche Stadt die Berlin-nächste Sommerfrische, Ausflugsziel und Ferienort. Die traditionellen Kneipen im Carré werden von den alteingesessenen Leuten aus der Gegend besucht. Gastarbeiter sieht man selten. Auf der einen Seite der Haubachstraße sind vier Kneipen in sieben Häusern. Vor 70 Jahren waren es noch ein paar mehr und manche der heutigen Kneipen waren sogenannte Damenlokale, wo Kellnerinnen sich auch zum Liebesdienst anboten, wie sich Herr Warso erinnert. Hier nebenbei, unten war einer hier zu uns gegenüber, waren zwei gewesen und die andere Straße, zigzag, die Grünstraße ist mir ziemlich kurz gewesen früher. Da waren sieben oder acht an den mir Kneipen. Ach, das war, weil die gerade die Chor-Garnison da auch in der Nähe waren? Ja, Elisabeth da und Chor und so weiter. Na allgemein, und wenn nicht kamen auch welche, die aus Berlin laden, kamen ja auch her. Ach, das war hier so ein Ausflugs- und Amüsiergegend, ja? Ja, hier die Straße, die Straße standen gut drauf. Da war es ja in der Animierkneipe, da waren Nähe als Bedienung. Und alle so eine übliche Frau und auch übliche Mädels, die sie da drin hatten. Das war natürlich was Besonderes, ja? Ja, das wurde damals, das hat angesprochen. Zum privaten Sonntagsfrühschoppen haben sich in dem Hinterhofgarten in der Gierke-Zeile Herr Schrötter, türkische Nachbarn und der türkische Hausmeister getroffen. War nicht gekommen nach Deutschland. Ja. Damals war, wenn du ein Grundstück kaufen, von 2000 Lire Mark, verkaufen 1000 Quadratmeter. Heute, von 1,5 Millionen, verkaufen du nicht 500 Quadratmeter. Ne, ne, sicher, weil der Grundstück behält ja immer seinen Wert, nicht wahr? Aber durch die Inflation, ist aber bei uns genauso. Ein Grundstück bei 2000 Quadratmetern hat 1958 6.000, 8.000 Mark gekostet. Heute kriegst du das selbe Grundstück für 240.000 Mark. Warum möchten Sie in der Türkei gerüchtigt haben? Ja, aus dem einfachen Grunde. Wenn ich jetzt etwas Geld gespart habe und würde mir das da anlegen, mein Urlaub wäre mir immer gesichert. Ich würde es verpachten und vor allen Dingen aufgrund des Klimas. Nicht? Sollte ich die Rente erreichen, dann kann ich meine Rente doch von hier nach drüben schicken lassen. Dann mache ich drüben Grandier. Mache ich Frühling. Nicht? Winter gibt es denn nicht mehr. Dann suche ich mir die Ecken aus, wo immer Frühling ist. Nicht? Und familiäre Bindungen habe ich durch Namok. Nicht? Er, Akif. Bitte sehr. Wir haben einen wie zu Hause. Hier wie da. Nicht? Ihr seid hier jetzt zu Hause, notgedrungen. Und ich bin dann da zu Hause. Man kennt sich doch denn. In dem Moment, wo ich jetzt bei einer türkischen Familie zu Gast bin. Früher wurden auf solchen Hofstücken Kernickel, Schweine, Hühner gehalten. Das Dorf wurde nie ganz zugedeckt von einer großstädtischen Bauweise. Im Hofgebäude des Nachbarhauses war damals ein Kuhstall. Jetzt werden solche Gebäude von Handwerkern als Lagerraum genutzt oder stehen leer und verfallen mit der Zeit. Bis vor 20 Jahren standen noch auf einigen Hinterhöfen Kühe im Stall. Die Charlottenburger Ackerbürger lieferten aus dem alten Charlottenburg einen Großteil der Milch nach Berlin. Wie die Funktion der Höfe und Gebäude hat sich auch die Mieterstruktur verändert. In das Hinterhaus in der Gierke-Zeile hat ein Student den anderen nachgezogen und sie bilden eine Hausgemeinschaft in mehreren der kleinen, einfachen und billigen Karree-Wohnungen. Musik Musik Zwischen den Studenten leben die letzten der verbliebenen Altenmieter, was für alle Betroffenen eine schwierige Erfahrung ist. Wie ist denn das Verhältnis zwischen euch und den älteren Mietern? Als ich hier einzog, dann war es natürlich ein schlechtes Verhältnis, weil es hier, und zwar hatten wir zum Beispiel mal bei einer Fete, wollten wir hier draußen sitzen, auf dem Hof, dann kam die Frau Klautsch und hat gesagt, das hat es seit 46 Jahren nicht gegeben. Dann sind wir nach einer Stunde wieder reingegangen und dann aber nach dem Tod der Frau Thielen, das war eigentlich der einzige Kontakt mit der, die die Frau Klautsch hatte, ist dann das Verhältnis plötzlich ganz anders geworden. Jetzt akzeptiert sie uns auch und braucht uns auch irgendwie vielleicht auch, die gehen auch näher dann auf sie ein, aber es gibt immer noch so Sachen, dass man es einfach nicht mehr den Mut hat, jetzt auf uns einzugehen. Und zieht sich dann auch zurück, wie auch heute so beim Fernsehen, dann kommt es Fernsehen und hat sie sich auch irgendwie in ihre Wohnung zurückgezogen und weiß auch nicht, was denn mit ihr eigentlich ist. Sie ist oft krank und sie kommt auch selber nicht raus und ob wir mal eigentlich einkaufen gehen sollen oder in den Keller gehen, jetzt im Winter, und es müsste eigentlich von uns eigentlich so Impulse kommen. Ja, wenn man 46 Jahre in so einer Wohnung lebt, ich glaube nicht, dass man dann auch groß in der Lage ist, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu anderen Menschen, das ist ziemlich schwierig. Und Frau Klautschke ist nicht die einzige Frau oder nicht der einzige Mensch, der in einer Wohnung alleine lebt und ziemlich alleine ist. Ein Foto ließ Frau Klautschke von sich machen, aber als sie am Fenster ihrer Erdgeschosswohnung neben dem Studenten gefilmt werden sollte, zog sie sich voller Misstrauen zurück. Im Carré ist fast jeder dritte Bewohner über 60 und es sind meist Alleinstehende. Allein sein zu müssen und jetzt zunehmend isoliert zu sein zwischen den jungen Mietern ist die Last der Alten. Eine vertrauens- und verständnisvolle Nachbarschaft wird nur schwer zwischen den Generationen wachsen. Der Spielsalon, verborgen durch dichte Gardinen vor den Einblicken von der geschäftigen Wilmersdorfer Straße, wird zumeist von älteren Leuten, Rentnern und Gastarbeitern aufgesucht. Von vorne wollte sich keiner der Spieler filmen lassen. Kann man hier auch gewinnen? Ja, jetzt sind 20 Spiele gekommen. Aber man kann auch verlieren. 1,16. Spielen Sie oft hier? Wenn ich mal vorbeikomme. Wenn man einholen geht, dann geht man mal mit an. Was bringt man dann? Na, kommt drauf an. Sie können ja auch mal 100 Spiele kriegen. Das ist eine seltene Meinung. Was verspielt man denn? Man verspielt. Man verspielt mehr als immer mit Wind. Den Spielsalonbetrieb überwachen Rentner, die hier den halbdunklen Tag mit den einsamen Kunden verbringen. An der Wilmersdorfer Ecke Haubachstraße hat Herr Blaschmann seinen Laden. Daneben bietet er auch Kredite an. Vor 20 Jahren beeindruckte Herr Blaschmann die Kunden damit, dass er gerade aus den USA zurückgekehrt war. Manchmal flossen ihm unversehens amerikanische Brocken in die Unterhaltung. Als ich 1958 wiederkam aus den USA und habe das Geschäft gerne übernommen, Publikum ist nett, einfache Leute, vor allem die treue Kunden. Dass die Entwicklung der Branche natürlich nicht so ist, wie allgemein die drausige wirtschaftliche Lage ist, konnte ja keiner ahnen. Man ist eben heute noch gezwungen, noch eine zweite Tätigkeit zu machen. Aber es ist natürlich erfreulich, wenn man weiß, nach zwei Jahrzehnten, dass man sich irgendwie doch wohlfühlt. Und seine Kundschaft von den Kindern an, die alten Leute, die man leider sieht, die gehen. Es ist ein Kontakt, der so, man kann sagen, 50 Prozent geschäftlich ist und 50 Prozent familiär. Hallo, Tag Herr Schulz. Tag Herr Blaschmann. Na, Tag Werner. Eine schöne Schaffel Zigaretten, mal was ausgefallen ist. Ja, ist das von den neuen Sorten? Ja, würde ich sagen, nicht zu stark, etwas würzig. Die gute Brinks. Ja, die haben wir ja schon. Na, ich würde sagen, eine Alaska nehmen wir mal. Eine würziger, ne? Ja. Eine voll aromatische, hast du ja gut gefrühstückt, ne? Sehr schön, jawohl. Das ist sehr gut. Na, da wird was los sein bei Ruten. Oh, was spielt sie hier ab, hier? In der Beheimstraße trägt das Carré ein besonderes Gesicht. Geprägt von vor allem jungen Carré-Benutzern und Bewohnern, die in dem alten Quartier ihre eigene Lebensform ausbreiten. Zwischen dem makrobiotischen Kaffee und dem Mutter-Erde-Laden, der naturbelassene Produkte anbietet. Im Laden kaufen ebenso überzeugte Vegetarier wie Leute, die einfach nur Lust auf gesunde, kräftige Naturprodukte haben. Ein Brot für den Unterschramm, ein ganz frisches, weiches. Wir haben eben Buchweizen geholt, für die Morgensuppe. Und warum kaufen sie den da? Ja, erstmal Natur, ohne Dinger. Wir sind vom Lande, nicht? Und wir wissen, dass es schmeckt. Wir sind damit groß geworden. Was heißt, Sie sind damit groß geworden? Ja, Buchweizengrütze, ich hab's morgens. Mit Rosinen und gehackte Nisse. Nicht? Und ein Stück Trockenbrot dazu. Dann gibst du mir noch ein Stück Torte. Apfel oder Mohn? Apfel. Sind ja viele Nüsse drin? Ja. Nein. Nein? Nicht so viele. Dann ist gut. Bis jetzt. Zu den treuen Kunden des Mutter-Erdeladens gehören die in der Beheimstraße lebenden Anhänger der Mission des göttlichen Lichtes, der Divine Light Mission. Einer ist Roger, der mit einem Freund einen Laden für Holzarbeiten betreibt. Wie alle Sektenmitglieder hat Roger überall Bilder des Guru, ihres religiösen Führers Maharajiji angebracht. Es ist ein in Kalifornien lebender 22-jähriger Inder. Ich meditiere und ich mache meine Erfahrungen. Es sind schöne Erfahrungen, die ich mache. Und wenn ich ein Bild sehe, dann erinnert mich das an die Erfahrung. Und ich erfahre das wieder. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die hier halt so auch meditieren. Und wir wohnen auch hier, sehr viele wohnen hier in der Nähe. Dadurch, dass immer irgendwo was frei wurde, eine Hürde davon. Und dann ließ sich das machen, dass so alle so ein bisschen in die Nähe zueinander zogen. Ist das ein intensiverer Kontakt, als du ihn vielleicht sonst erfahren hast? Sehr viel intensiver, als ich es dir erlebt habe mit anderen Menschen. Irgendwie waren auch intensive Kontakte da mit uns, sind immer noch mit vielen Menschen, die ich so kenne. Aber ich weiß nicht, es kommt darauf an, wenn man sich trifft, worum es geht dabei. Und ob es nur darum geht, wie halte ich mein Leben aufrecht und wie komme ich zurecht. Und was mache ich in den nächsten Ferien und wo gehe ich hin und was habe ich erlebt. Und wo ist das nächste Kino oder was läuft da und was läuft hier. Und kennst du den und hast du den schon gesehen und weißt, was der jetzt macht. Und all diese Sachen, das sind so tausend Gesprächsthemen, mit denen ich normalerweise so mit Menschen ganz leicht in Kontakt kommen kann und drüber reden kann. Aber wenn es darum geht, was ein Mensch so ganz persönlich innerlich erfährt, wodurch er irgendwie weiterkommt in seinem Leben, das irgendwie zu artikulieren, das fällt den meisten Menschen sehr schwer, weil sie irgendwie gar nicht so einen Zugang haben zu all den Dingen, die irgendwie neben all dem, was so passiert, so abläuft. Die Suche nach einem beständigen, vollkommenen Glück bestimmt das Leben der Sektenanhänger. Im Café Baldur haben sie am Tage ihren Stammplatz zwischen den Freunden alternativer Lebensformen. Die Anhänger der Divine Light Mission fühlen sich wie die Mitglieder einer verfolgten Kirche, die ihre Aktivitäten aus Furcht vor Angriffen fast vollständig abstellt. Bevor die Filmaufnahmen begannen, hing an der Buffetwand ein großes farbiges Bild des Sektenführers, das dann abgehängt wurde. Das Café ist in dem Vorraum eines ehemaligen Kinos eingerichtet. Es befindet sich in dem Haus der evangelischen Luisen-Gemeinde. Nach den zahlreichen Berichten über den Missbrauch, den manche Sektenführer mit der Begeisterung ihrer Anhänger treiben, hat sich die evangelische Kirche entschlossen, dem Pächter die Kinoräume zu kündigen. Sie braucht jetzt Raum für eigene Einrichtungen. Im Kinosaal vollziehen die Prämis, das heißt die Gottliebenden, ihre religiösen Übungen. Vom rückhaltlosen Lebensbekenntnis zu den Meditationsübungen, die aus indischen Versenkungstechniken entwickelt sind. Dieser Saal ist für Außenstehende unzugänglich. Das Carré ist für die Anhänger der göttlichen Mission nicht Heimat, sondern ein Stück Stadt, wo sie noch Platz fanden. Die Besucher des Arbeitsvermittlungsbüros im Haus neben dem Café kommen von überall her. Sie suchen hier täglich vermittelte Gelegenheitsarbeit. Wie ich das mache? Ja, bitte hier. Ich weiß nicht. Weißt du denn, arbeiten wir jetzt? Was? Mein Geld. Was ist Geld? Was machst du denn? Letzte Woche, oder von heute? Warum weißt du denn nicht? Brauchst du nicht zur Börsenstraße gehen, wenn du mal mehr arbeiten kannst? Wenn ich wirklich keine Arbeit mehr krieg, dann saufen wir mal die Beschäftigung. Du bist ja jetzt noch besoffen. Du wirst heute früh noch besoffener gewesen sein. Hast du dich gerade ein bisschen erholt? Nein, du hast es. Gut doch, ich wollte räumen. Frag mal den Schöckchen, den dicken. Frag mal, könnte ich ja. Ich war nicht da, mein Gott. Ach, da brauch ich ja nichts erzählen. Ja, das tut ja, du erlebst das, aber ich nicht. So, auf die Stelle weg, man. Geh mal raus. Geh mal raus. Geh mal raus. Komm, hier, ich krieg's noch Geld. Oh, jetzt, ja, ja. Von Börsenstraße. Von wem? Von der Börsenstraße. Große. Baี ki Für die Kinder der türkischen Gastarbeiter wird das Karé vielleicht eher zur Heimat als für ihre Eltern. Ihre Tradition findet keinen Boden im Carré. Zugleich sind sie auch nach Jahren vom Leben der anderen Carré-Bewohner weitgehend isoliert. Um 18 Uhr schließen die Geschäfte in den Wohnstraßen des Carrés, in dem noch die kleinen Gewerbe- und Kaufleute, der Friseur, der Kohlenhändler, Lebensmittelladen, der Bäcker, Kneipier, die Marktstände, der Kartoffelhändler, die Nachbarschaft versorgen. Die Läden an der Geschäftsstraße der Wilmersdorfer, wie der Tabakwarenladen, machen um 18.30 Uhr zu. Eine Mark, jawohl, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wieder Waschereinigungstag heute, ja? Ja, ja. Ja, wir Frauen haben so unsere Arbeit, nicht? Ja, ja, wiedersehen. Danke. Ja, muss ja alles. Ja, hier drüben hat eine Wäscherei aufgemacht. Und die Leute haben leider keine Gelegenheit, dort Kleingeld zu wechseln irgendwie, an Automaten. Und kommen den ganzen Tag natürlich und müssen uns hier bitten. Das ist natürlich für beide Partner nicht gerade angenehm. 24 Stunden hat der Waschsalon geöffnet. Da kann man sich auch treffen, unterhalten, ein bisschen ausruhen. Da ist zu jeder Stunde der ganze Tag möglich. Ja, ich bin bereit. Untertitelung des ZDF, 2020